Let me love me faster, 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 when we collide, it's a beautiful disaster, so let me love me faster, let me love me faster. Hi bei Total4Sex und hi bei der größten Dildo Party Österreichs von Dildo und des Suchdeluxe. Die machen Dildo Partys und eben auch heute hier im Hard Club dieses fette Events, euch erwartet eine BDSM Show, euch erwartet eine Burlesque Show und noch viel mehr, los geht's. Claudia, du bist Tollberaterin, du machst Dildo Partys und jetzt machst du die größte Dildo Party Österreichs, wo die Leute zu dir kommen. Ja, wo sie zu uns kommen sollen, egal welche Sexualität, schwul, lesbisch, heterosexuell, egal auf was ich stehe, BDSM, Blümchensex, wir haben alles dabei. Und was erwartet uns da heute? Eine Drag Queen, die wird für uns singen und tanzen, dann eine Burlesque Show, das ist so ein langsames Ausziehen, ein erotisches Ausziehen. Das ist nicht Strippen, das ist so eine eigene Kunst, die davon Ties, Käse? Ties, 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 Ties. Die Michaela Schäfer ist da, Stargust Michaela. Dann haben wir noch eine Menstrip Show, eine Womanstrip Show, eine Coyote-Agi-Show. Und eine BDSM Show. Und eine BDSM Show. Also das sind ja meine Zuseher am meisten, dieses Thema, ich kenne euch ja schon ein bisschen. Was kann man euch da darunter vorstellen? Sie werden sich gegenseitig ausbeischen, sie werden sich gegenseitig fesseln. Also einfach mal auch vielleicht Leute, die damit noch nicht so viel zu tun gehabt haben, das das mal ein bisschen näher bringt. Und dass auch jemand, der noch nie die Drag Queen gesehen hat, auch das mal sieht. Dass wirklich alle miteinander gemeinsam Spaß haben und feiern. Und einfach was Neues entdecken. Also alle Infos auch unter dem Video, wann das nächste Event stattfindet in D&D Deluxe. Ich wünsche uns allen viel Spaß heute. Ja, unbedingt. Haben wir sicher. Ja. 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 Das war's für heute. 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 Also alle Infos dazu unter dem Video. Sag mir auch gerne, welche Show dir am besten gefallen hat. Auch die BDSM-Show oder doch vielleicht Gullesk oder Drag Queen. Schreib's mir gerne unter das Video. Abonnier den Kanal. Und ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.